Herzlich Willkommen zu meinem neuen Video. Wer meinen Vlog gesehen hat, wo ich einkaufen war, habe ich dies hier geholt. Da habe ich halt dies geholt. Und ja, wieder meine Müllermilch. Diesmal Schokogeschmack, auch Halloween Edition. Hier sieht man das auch nochmal. Halloween. Das wollen wir jetzt erstmal testen. Ich bin heute mal alleine, ohne alles Zocker. Wartet mal, ich muss mich kurz weg. Aber ich muss noch schütteln. So sieht das Ganze denn aus. Ich fokussiere das Ganze nochmal. Ja, geil. Und direkt mal testen hier die Müllermilchschokog. Ja, schmeckt mir immer gleich. Aber es ist nice. Dieses Design hebe ich wieder auf. Ja, das war das Testvideo. Und ja, neues Bier testen Müllermilch. War auf jeden Fall lecker. Dann würde ich sagen, lass ein Abo und ein Like. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ich was verbessern soll. Und dann ciao.